So, es geht weiter mit Call of Duty 4. Welche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Das ist es richtig, ja dann viel Spaß auf dem Schiff, Leute. Baseplate, hier immer 2-4, wir haben Sichtkontakt zum Ziel, noch 60 Sekunden. Verstanden, 2-4. 30 Sekunden, Lichter aus. Futter ist auf sichern, neu wechseln. Ziel erfasst. Grundsichter los, los, los. Los, los, los. Ich schießt schon früher drauf, vorhin gesagt, Feuer frei. Waffenfreigabel. Feuer einstellen, Gas, bleib im Vogel, bis wir das Deck gesichert werden. Ich habe ja noch nicht gesagt, dass ich es zu 100% durchstehen werde. Wir werden alle Laptops sammeln. Treppe gesichert. Und, ja, wir lernen uns den ersten Laptop. Runde, Runde. Gang gesichert. Wir nehmen hier den schlafenden Raum, wo die beiden Männer schlafen, schießen die beiden ab und nehmen uns den Laptop mit. Schwing. Mannschaftsquartier gesichert. Vorne gesichert, grünes Licht für Alpha, los. Bereiter. Verbreiter. 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 Alter. Normal, Price, kannst du mal ein bisschen vernünftiger sprechen. Da sind zwei auf der Plattform. Ich sehe sie. Ziel erledigt. Ziel neutralisiert. Beide getroffen. So, dann holen wir uns die AK, die wir da schön finden. Nachmittag. Nachmittag. Ich bin auf. Nachmittag. 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 Toll. 189. Wir haben Gesellschaft. Hammer 3, 4. Wir haben Ziele im ersten Stock. Alles aufgeräumt. Dann nimm du da mal deine Schroßfilter in der Hand. Überhaupt nicht. Die spare ich mir für den Nahkampf. Verdammt richtig. Auf Einzeichen. Los! Überprüft eure Ecken. Bewegung. Die Ecken überprüfen. Gang gesichert. Vorwärts. Treppe gesichert. Bewegung rechts. Ziel erledigt. Gang gesichert. Überprüft eure Ecken. Hm. Also hier ist nichts. Vorwärts. Wir nähern uns dem nächsten Laptop. Bereit halten. Auf mein Zeit. Seid ihr euch gleich, wie ihr den kriegt. Blätgranate los. Los. Wir gehen durch. Wir schießen die Leute hier unten ab. Die uns im Box weg stehen. Schnappen wir uns den nächsten Laptop hier. Nehmen den toten Soldaten. Schwing. Schöne AKU nehmen wir uns auch noch mit. Vordere Bereich sicher. Keine Seele in sich. Finde die Akku ein bisschen besser wie die AK. Weil. Naher zusammenbleiben. Ja. Sehr schnell. Schöne. 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 Ach. 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 Ich bin nicht ungewöhnlich. Entschuldigung. So. Bereit, Sir. Informiert. Los. Links sicher. Bewegung. Bewegung rechts. Vorwärts. Ja, ich geh ja schon. So. Geh runter. Formieren. Bereit halten. Auf mein Zeichen. Eins bereit. Frei bereit. Auf mein Zeichen. Los. Was kommst du denn auf einmal her? Was schmeckt das? Boah, trefft das. Ich muss jetzt mal wieder üben, bevor ich treffe, ey. gleich wieder. Fähre. Du hast die kommen. Wir gerissen. Du hast geil weiter. Das lösen. Du hast die 24 Minuten. Ja, wir gerissen. Ça, das verstehe. Ja, das ist richtig. Ein Blick hierauf kann sicher nicht schaden. Oi. Das ist arabisch. Baseplate, hier spricht Bravo 6. Wir haben es gefunden. Bereit, das Paket für den Transport zu sichern. Keine Zeit, Bravo 6. Zwei Flieger sind schnell zu euch unterwegs. Nehmt gut, was ihr könnt und dann nicht zu rausfahren. Gibt mir mal diese epische Musik, das ist so geil an dem Spiel. Schnappen Sie sich das Manifest im Container. Los! Haben wir. Let's go. So, jetzt heißt es Glück haben, weil ich hab manchmal den Glück, wenn diese eine träge Zähne da kommt. Das ist deinem Helikopter, Sir. Feindliches Flugzeug nähert mich. Bravo 6, bitte kommen. Bravo 6, hier in der Startbusse. Scheiße, was zum Teufel ist passiert? Das ist gescheit. Wir müssen weg. Sofort. Bravo 6, komm, wenn du noch mal. Hey, braun. Wir sind der Bravo 6. Wir sind auf dem Wiener Raus. Marsch, Soldat! Wir sind auf dem Wiener Raus, Marsch, Soldat! Ja, ich weiß, was wir abhauen. Schneller. Ich glaube, ich habe mal einen Zimmel bekommen, als ich hier mit mir schräge Zähne gesehen habe ich immer meinen Kopf zu schräg gehalten. Das war so hammergeil. Aber dann passiert mir wieder, dass der Unfall immer wieder. Los, los! Ich glaube, das ist gar nicht. So, ich bin hier mit mir vorbei. Ah, wir haben es geschafft. Oh, sechs, der Rot und Teufel sind Sie. Der Eif ist in Fast-Line. Ich wundere, der Slack ist überhaupt nicht. Von mir steht gerade 30 Frames. Also, es ist so schlimm. Komm schon. So. Boah, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Naja, im nächsten Part sind wir leider kein richtiger Spielender Soldat. Wir können uns einfach nur so verlegen. Selbst deswegen werde ich im nächsten Part ruhig bleiben. Viel Spaß beim nächsten Part von Call of Duty 4. Ja, tschüss.